So Leute, nun ist es soweit, das Finale steht an beim Weibfanz Cup in Bad Dürkheim. Wir wünschen euch viel Spaß und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und eins versprechen wir euch, es war sauspannend. Also, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos. Euer Team von Partner der Verein. Und eins versprechen wir euch. Ja, 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 ja. Das war's. Ajo, so ungerechtes Fußball. Instagram überall rum. Und macht's euch! 1-0, 1-0, 1-0. Was ist das? 1-0, 1-0. 2-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. 3-0, 1-0. 2-0, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. 2-0, 1-0. Musik Untertitelung des ZDF, 2020